Frühverrentungswelle mit 63, 8,4% Abschlag im Schnitt wollen Sie auch früher in Rente gehen. Mein Name ist Peter Knöbbel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Arbeiten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze immer mehr Beschäftigte können oder wollen das einfach nicht mehr. Sie nehmen lieber Abschläge in Kauf, um früher in Rente zu gehen. Nach Berechnung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung arbeiten immer weniger Menschen in Deutschland überhaupt so lange, also so lange meint praktisch bis zur Regelaltersgrenze oder vielleicht sogar auch nur bis zum 63. oder 64. Lebensjahr. Viele scheiden demnach bis bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus. Gleichzeitig, das ist ganz klar, leidet die deutsche Wirtschaft unter einem Mangel an Arbeitskräften. Entgegen dem Trend früherer Jahre gehen inzwischen wieder mehr Menschen vorzeitig in den Ruhestand. Besonders die Rente mit 63 erleichtert dies. Rente mit 63 meint hier vor allem die abschlagsfreie Variante der Altersrente für besonders langjährig Versicherte, die zum 1.07.2014 eingeführt worden ist. Wir hatten ja in einem Video davon berichtet, dass vor allem diese Altersrentenart im Jahr 2021 Antragsrekorde seit Bestehen dieser Rentenart gebrochen hat. Die Zahlen zeigen aber auch, dass in den vergangenen Jahren vermehrt Menschen vor der Regelaltersgrenze in den Ruhestand gegangen sind und dabei auch Rentenabschläge bewusst in Kauf genommen haben. Bei etwa einem Viertel der neuen Rentnerinnen und Rentner war dies laut 2021 der Fall. Im Schnitt gingen sie 28 Kalendermonate früher in Rente und nahmen damit im Schnitt 8,4% Abschlag in Kauf. Diese Situation meint die Altersrente für langjährig Versicherte mit 35 Jahren Wartezeit. Aufgrund der Größe der kommenden Babyboomer-Jahrgänge verstärkt sich der Austritt aus der Erwerbstätigkeit für die deutsche Rentenversicherung und damit auch der Mangel an erfahrenen und qualifizierten Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt. Die stagnierenden Zahlen zeigen, dass die Ausweitung der Erwerbstätigkeit in das höhere Alter wahrlich kein Selbstläufer ist. Da muss also wirklich noch viel getan werden, damit das attraktiver wird. Und ich sage, Politiker, ja, macht endlich das Arbeiten im Alter noch attraktiver, schafft die Möglichkeit, dass Rentnerinnen und Rentner, die weiterarbeiten, ganz normal wie Arbeitnehmer auch Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 und Krankengeld haben, auch wenn sie eine Vollrente wegen Alters beziehen. Nur so kann man den Leuten erklären und auch sagen, warum es Sinn macht, weiterzuarbeiten und auch etwas für seine eigene spätere Rente dann noch zu tun. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel